Es scheint sich zu lohnen, so eine Professorin. Du könntest ein paar Vitamine gebrauchen. Für mich echt? Nur nicht mit erwischen lassen. Essen ist hier nicht erlaubt. Okay, ich hab einfach noch. Komm, ich nehm dir was ab. Na, deine Klausuren waren bestimmt auch gut. Dann hast du einen Top-Examen. Ruf zu Heckfurt. Das sollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Oh. Schön, dass Sie noch daran gedacht haben. So ein Handikatz noch nicht spurlos abwickeln. Wir brauchen Beweise. Wo sollen wir die finden? In Heckfurt's Büro natürlich. Du bist zu spät. Wie ist es dann, was mit Daniel passiert? Was du's? Ich bin deum. Ich bin deum. Ich bin deum. Ich bin deum. Ich möchte mit dir die Welt erobern. Zuerst El Salvador und dann den Rest. Das war's.